Mein Name ist Cory van Randwijk und ich bin der Commercial Manager von 4Patrick Surgeons. Das ist die Handelsname, Zusammenarbeit von Schnellcore und Folietechnik. Das ganze Unternehmen hat fünf Standorten, zwei Recyclingfirmen, eine kleine Tiefzieffirma und zwei Extrusionsfirmen. Einmal Schnellcore, wo wir heute sind, und dann noch Folietechnik. In der Hauptsache verarbeiten wir gemahlene und gewaschene Flaschenmaterial aus den Sammelstellen. Wir verarbeiten auch internes Malgut, Randstreifen und so weiter. Wir kriegen auch Material zurück vom Kunden, Stanzgitter und so weiter. Wir können auch Vergen, Neuwaren dazu fügen. Das heißt, auch Mischungsmöglichkeiten sind da. Und das funktioniert super mit Reymann. Folietechnik und Schnellcore haben beide sechs Anlagen. Hier bei Schnellcore sind es sechs auch, wovon jetzt drei Reymann-Anlagen. Und wir bauen heute die vierte auf. Wir haben uns wieder für Reymann entschlossen, weil wir zufrieden sind mit den Anlagen. Und auch, weil wir schon einige Anlagen haben. Leute sind damit vertraut, wir kennen das System und es funktioniert. Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden über die Unterstützung. Was auch hilft, ist der Online-Service, dass die Extruder mit Reymann verbunden sind und so weiter. Das funktioniert. Und damit sind wir zufrieden.